Hallo Elektronik Freunde, in diesem Video möchte ich mal auf den Stromlaufplan von dem Arduino Uno R3 eingehen. Ich habe diesen hier mal heruntergeladen von der Arduino.cc Seite. Das ist jetzt also hier das Original hier im Eagle Format und ich möchte da ein paar allgemeine Dinge zu sagen, so ein Eindruck dazu, auch zur Funktion und ich will natürlich auch ein bisschen mal hier auf das PCB eingehen, also auf das Leiterplatten Layout. Ich fange einfach mal mit dem Stromlaufplan hier so an. Wenn man den hier so sich anschaut, dann kann man eigentlich erkennen, dass dieser Plan hier von einem Laien gezeichnet wurde. Dieser Plan ist komplett unstrukturiert, man findet keine Funktionsblöcke, also man sieht nicht die Funktion innerhalb dieses Plans auf Anhieb. Es fehlt dann auch unter anderem Rahmen und ist auch das erste was ich einfach mal machen werde. Ich werde hier mal einen Rahmen hinzufügen. In Eagle ist es hier so ein DIN A3 Rahmen. Ich habe festgestellt, dass also ein A4 Rahmen schon zu klein ist, also ich setze den Rahmen hier mal so hin und ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde komplett alles markieren und verschieben. Hier die Gruppe und zwar so, dass der Nullpunkt hier unten links in der Ecke ist. Das ist eigentlich ein Standard, den man beim Zeichnen von einem Stromlaufplan immer einhalten sollte. Als nächstes werde ich hier mal den Projektnamen hier in den Rahmen schieben, so dass man hier wirklich die Information hat, um was es sich handelt. Wenn man jetzt in den Stromlaufplan ein bisschen detaillierter reingeht und das werde ich mal machen hier in diesem Bereich hier zum Beispiel, dann sind einige Dinge sehr unschön. Also hier ist ja F1, die Sicherung und hier wird aber das Symbol einer Spule verwendet. Und das ist natürlich wirklich sehr unschön. Man sollte also hier dann wirklich das Symbol einer Sicherung verwenden und nicht einer Spule, wenn dort eine Sicherung verbaut ist. Also man sieht es erstmal nicht, dass es eine Sicherung ist. Ein zweiter Punkt, der jetzt hier in dem Bereich auch auffällt, auch in anderen Bereichen ist, dass hier Namen und Werte komplett über Leitungen liegen und auch über Bauteilen. Das ist natürlich auch sehr unschön und es sollte unbedingt vermieden werden. Also im Stromlaufplan sollen alle Werte und Namen sichtbar sein, dass man sofort sieht, um was es sich handelt. Denn hier weiß man erstmal nicht, was zu wem gehört. Hier ist auch ein weiterer Punkt, hier in dem Fall diese grüne Verbindung von dem Widerstand. Geht der unter diesem Widerstand entlang. Das ist auch sehr unschön. Ich würde das jetzt also so zeichnen. So eine Sachen, die unter Bauteilen liegen, können durchaus im electrical rule-check Warnungen hervorrufen. Also immer die Linien zeichnen, dass die sichtbar sind und in keinem Fall durch Bauteile oder Unterbauteile zeichnen. Weitere Dinge, die mir jetzt so aufgefallen sind, sind die unter anderem, wenn ich jetzt hier mal diesen Stecker hier mir angucke, dann war man sich offenbar generell auch nicht einig, welchen Namen und Werte man vergibt. Also für Stecker generell verwendet man ja eigentlich x, also x1 oder irgend sowas und dann einen entsprechenden Wert. Aber hier in dem Fall ist es so, dass der Name ICSP1 ist und der Wert 3x2m. Und das ist sehr unüblich, das macht man eigentlich nicht so. Also hier würde ich jetzt meinetwegen irgendwie x4 verwenden und dann hier zum Beispiel ein ISP-M16U2, weil das nämlich der Stecker ist für den ISP-Anschluss für den AT-Mega16. Ja, also so würde ich das machen. Also so macht man das generell und nicht diese andere Form, die hier zu sehen war mit ICSP1 und 3x2m. Das Weiteren ist mir aufgefallen hier oben bei diesem Stecker. Das ist hier die Hohlbuchse auf dem Arduino. Und die ist sehr ungünstig gezeichnet. Also zum einen ist der Name und der Wert, also x1 und Power Supply auf dem falschen Layer. Das sehe ich daran, dass hier die Sproy nicht gefärbt ist und nicht gräulich. In Eagle ist es so, dass die Namen und die Werte auf dem T-Name und T-Value Layer natürlich liegen. Das ist hier nicht gemacht worden. Das Zweite ist, man hat hier so eine Kreuzung drin. Die hätte man ganz locker umgehen können, indem man das Symbol umzeichnet. Also hier sind drei nach unten und zwei zur Seite. Ja und das Dritte bei diesem Stecker ist, das ist eigentlich nichts aussagen. Das ist nur ein Kasten und mehr nicht. Also man kann sich nicht wirklich was darunter vorstellen. Es gibt in Eagle andere Libraries, dort ist es besser zu sehen. Allerdings ist dieses Symbol wirklich sehr unschön. Wenn man jetzt sich mal hier diese Seite anguckt, oben rechts so ein bisschen hoch und zwar hier in dem Bereich, dann sieht man hier so eine Kreise, drei so eine Kreise. Und das sind Passamarken. Die sind hier aber nicht gekennzeichnet. Die Frage ist natürlich, was sind Passamarken. Also Passamarken sind Registrierpunkte später beim Layout bzw. bei der Leiterplatte für den Pastenauftrag bzw. für den Bestückautomat und auch für Testsysteme. Die gehören zwar hier rein, aber in keinem Fall an diese Stelle. Die sind auch nicht markiert als Passamarken. Man könnte jetzt die ja vielleicht löschen. Sollte man aber nicht tun. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde die hier einfach gruppieren und dann einfach bewegen hier nach unten rechts und diese dann auch als Passamarken kennzeichnen. Das heißt, ich gebe hier einen Text ein. Passamarken, so dass man dann weiß, ich auf dem Layer-Info werde ich die mal setzen, wird auch ein bisschen größer. Mal gucken. 1 oder so. Die gehören also nicht zum Stromlaufplan. Die haben keine elektrische Funktion, sondern sind für das Leiterplatten-Layout notwendig bzw. dort eben für den Bestückautomat usw. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Ich habe hier auf der rechten Seite auch zwei Widerstände hier. Da will ich hier mal rein zoomen. Die sind nicht angeschlossen, die sind nicht benutzt und die werden dann normalerweise auch praktisch in irgendeine Ecke geschoben und auch markiert, dass sie praktisch nicht verwendet werden und nirgendwo angeschlossen werden. Die bewege ich also hier auch mal in die Ecke. Das ist mir auch noch aufgefallen. Weitere Punkte, die mir aufgefallen sind, ist hier diese Konstellation mit der grünen Leuchtdiode. Ich habe hier eine grüne Leuchtdiode mit zwei Vorwiderständen an 5 Volt, jeweils 1 Kiloohm. Macht also insgesamt 500 Ohm. Das ist eigentlich zu wenig. Also das ist eigentlich nicht notwendig. Es reicht 1 Kiloohm. Also warum man jetzt hier beide von dem Widerstandsnetzwerk angebunden hat, weiß ich jetzt nicht. Also das ist nicht notwendig, dass man hier eine grüne Leuchtdiode an 5 Volt mit dem Vorwiderstand von 500 Ohm betreibt. Es reicht also 1 Kiloohm. Weitere Auffälligkeiten, die ich gesehen habe, oder eine Auffälligkeit, ist hier an dem Mikrocontroller, an dem ersten, an dem 16U2. Hier ist ja ein Quarz verbaut worden und ich weiß jetzt nicht, warum hier ein 1 Megaohm noch drin ist. Also wenn man Quarz drin hat, braucht man hier kein 1 Megaohm. Der kann eigentlich wegfallen. Dadurch, dass ja doch einige Sachen hier nicht so schön gemacht wurden, werde ich diesen ganzen Stromlaufplan auch ein bisschen umzeichnen. Das erste, was ich machen werde, ich werde hier diesen Bereich, der zur Spannungsversorgung gehört, also dieses und die beiden Teile und auch die Leuchtdiode dort erstmal hier rausnehmen aus dem Rahmen. Ich werde also hier das mal ein bisschen umbewegen. So, dann kommt der nächste Block, der hier. Auch nochmal raus aus dem Rahmen. Und auch die Leuchtdiode hier. Denn diese Sachen gehören alle zur Spannungsversorgung und sowas zeichnet man normalerweise extra auf dem Sheet oder irgendwie links unten in der Ecke. Das werde ich auch machen. Dazu muss ich aber dann hier den Rest, der hier noch zu sehen ist, nach oben verschieben. Das heißt, ich werde jetzt hier den Hauptteil sozusagen dieses Stromlaufplans hier nach oben verschieben und jetzt Stück für Stück die anderen Sachen hier wieder rüber ziehen. Das heißt also, ich fange jetzt hier wieder an. Ich nehme das erstmal hier rüber, dann den nächsten Punkt. Ich muss da mal rauszoomen kurz. Und werde also Schritt für Schritt hier die Sachen wieder erstmal dort unten platzieren und natürlich auch vom Zeichnen her etwas vereinfachen. So, diesen Part noch. Und hier auch nochmal die Leuchtdiode. So, damit ist das erstmal so gestaltet. Jetzt sieht man hier in dem Bereich vor allem, also ist mir aufgefallen hier in diesem Bereich, dass hier unheimlich viele Ecken und Kanten sind. Ich will das mal hier kurz zeigen. Also hier diese Leitung CMP zum Beispiel. Da hätte man wirklich gerade rausgehen können. So, aber hier ist noch ein Knick drin. Also das muss nicht sein. Hier genauso bei diesem Gate CMP. Man geht nach rechts, dann geht man nach unten und dann wieder nach links. Das ist nicht notwendig. Hier genauso in dem rechten Bereich von dem, also jetzt hier bei dem SCK. Man hätte also hier die Leitung einfach runterziehen können oder generell das einfach einfacher zeichnen können. Und das will ich jetzt mal Schritt für Schritt auch machen. Dazu werde ich hier mal ein bisschen reinzoomen in diesen Bereich. Ich fange also hier an und werde also hier unter anderem erstmal diese ganzen Komponenten hier etwas nach unten bewegen. Ungefähr hier hin. Man sieht also, man kann sofort eine Menge Platz sparen. Das Gate CMP braucht man natürlich noch als Hinweis welches Netz das ist. Dann kann ich auch diese Sachen hier auch nochmal nach rechts verschieben. Und mit diesen zwei Schritten habe ich schon so viel Platz gespart, dass man diese Sachen wirklich sehr kompakt zeichnen kann. Und so werde ich das jetzt Schritt für Schritt verschönern. Das heißt, ich werde jetzt hier das mal auch ein bisschen runternehmen. Etwas nach unten. Hier auch nochmal etwas runterziehen. Dann haben wir hier die Sache mit diesem Spannungsregler. Den werde ich hier auch mal komplett nehmen und meinetwegen hier hinziehen und nochmal bewegen. So meinetwegen. Und hier auch nochmal näher ran. Also man sieht, man kann unheimlich viel vereinfachen vom Zeichnen her gesehen. Es hat sich ja schaltungsmäßig im Moment gar nichts geändert. Ich zeichne das nur so ein bisschen um. Mehr mache ich ja gar nicht. Dann nehme ich jetzt hier auf der rechten Seite hier dieses SCK. Den Block mit dem SCK bewegt ihn hier mal da in die Mitte. Und ziehe das auch mal hier ein bisschen rüber. Und jetzt werde ich den Widerstand einfach horizontal legen. L13 wird hier zu dem Netz. Und damit ist die Sache auch sehr einfach gezeichnet. Das gleiche mache ich natürlich hier mit dem auch nochmal. Mit diesem Bereich. Dazu werde ich auch mal dieses hier nochmal. Einfach hier ein Stück nach unten bewegen. So. Wenn man sowas zeichnet, da komme ich gleich nochmal darauf zurück, sollte man zusehen, dass man die ganzen Ground Anschlüsse auf einer Höhe hat am Ende. Das heißt, wenn ich jetzt hier das bewege, dann werde ich das so machen, dass hier die Grounds nachher alle in diesem Bereich auf einer Höhe liegen. Das ist optisch nachher sehr angenehm und man erkennt sofort, wo die Sachen dort angeschlossen sind. Und wo jetzt hier in dem Fall der Ground zum Beispiel liegt. So. So sieht das schon mal etwas anders aus. Bei der Leuchtdiode ist es so, die werde ich nicht nur verschieben, sondern auch drehen. So in dem Fall sieht es dann jetzt also so aus. Und man sieht hier im unteren Bereich, ich habe wesentlich weniger Platz jetzt hier verbraucht. Und ich habe schon einige Funktionsblöcke jetzt, die man hier erkennt. Also hier meinetwegen Bypass Kondensator auf der linken Seite. Dann hier die Erkennung, ob man mit externer oder USB Spannung versorgt. Dann den 3,3 Volt Regler oder was das ist. Genau 3,3 Volt Regler. Dann hier SCK, die Powerbuchse und so weiter. Es ist sicherlich noch nicht so optimal. Man würde es jetzt so machen, dass man zum Beispiel mit der Powerbuchse ganz links anfängt. Und dann Schritt für Schritt verschiedene Sachen dort umplatziert. Von der Funktionsweise her. Dass man sozusagen den Verlauf sieht. Also Spannungseingang und wie das dann weiter geht. Und das will ich jetzt natürlich dann auch nochmal machen. Dazu werde ich jetzt als erstes hier mal die externe Spannungsversorgung nach links rüber setzen. Und hier den Rest erstmal ein Stück nach rechts, dass dort Platz ist. Also hier die ganzen Bauteile. So in etwa. Und jetzt haben wir hier links gleich die Spannungsversorgung. noch ein bisschen nach rechts vielleicht. So ein Stück. Jetzt werde ich die Grauens auf eine Höhe setzen. Und jetzt ist das Signal VIN ganz wichtig. Und als nächstes ist es ja so, dass dieses Signal VIN hier an diesem Block angeschlossen ist. Das heißt, ich werde danach diesen Block hier platzieren. Also diesen Bypass Kondensator, den nehme ich da in der Mitte mal raus. Das schiebe ich woanders hin. Und hier erstmal weg. Und werde also hier diesen Block mit dem 3,3 Volt Regler dann hier direkt so platzieren. Ich werde nochmal sehen, dass das jetzt ein etwas ungleich hier mit den Grauens. Das mache ich auf jeden Fall gerade. Und was auch wichtig ist, dass man hier diese 5 Volt Sachen auch auf einer Höhe hat. Beziehungsweise vermeidet, dass man zu viele Linien hier für die 5 Volt verwendet. Das heißt, man würde dann wirklich 5 Volt Symbole nehmen. Deswegen werde ich dieses Ganze hier auch nochmal etwas umzeichnen. Und zwar werde ich folgendes machen. Ich werde hier 5 Volt ranklemmen. Da ist ja nichts, was jetzt geändert wurde. Weil hier sind ja 5 Volt dran. Ich kann aber dann diese Verbindung wegnehmen. Kann die also hier hochziehen. Und kann gleichzeitig hier den Transistor drehen. So zum Beispiel. Und habe hier unten dann meine USB VCC. Die 5 Volt sind hier oben. Es hat sich also jetzt wirklich nichts geändert. Von der Schaltung her gesehen. Aber ich habe das etwas anders gezeichnet. Also man würde jetzt hier das wirklich blockweise machen. Funktionsweise. Dann würde ich hier diesen 3,3 Volt Regler etwas nach rechts schieben. Natürlich wiederum. So in etwa. Und so gibt es dann wirklich eine bessere Übersicht. Wie gesagt, im Stromlaufplan an sich hat sich bis jetzt nichts geändert. Ich habe also nichts gelöscht oder so. Sondern ich habe einfach nur ein bisschen umgezeichnet. Als nächstes würde ich den Block hier mit dem SCK rüber setzen. Also hier rüber gehen. Und zum Schluss natürlich dann hier die Bypass Kondensatoren. Da kommen ja noch andere hinzu. Von den Mikrocontrollern auch die grüne Leuchtdiode hier. Irgendwie so setzen, dass dann das hier so eine Übersicht ergibt. Ich habe jetzt hier im unteren Bereich ein bisschen Struktur geschaffen. Wie man sieht komplett. Das heißt, ich habe auch noch mal abgegrenzt. Ich habe also bezeichnet auch noch mal die Funktionsblöcke hier jeweils. Power Input, Gate, CMP und so weiter. Und wenn ich jetzt hier mal rüber gehe, sieht man das vielleicht noch bis zum Ende hier. Ich habe auch hier so einen Abschnitt geschaffen. Unbenutzt. Und eben Passamarken nicht entfernt. Also ich habe es noch mal ein bisschen geändert. Von der Optik her gesehen. Was ich auch gemacht habe. Ich habe den oberen Bereich natürlich auch ein bisschen angepasst. Wie man hier sieht. Ich habe also etwas entschlackt. Sag ich mal. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die ISP Steckverbinder rausgezogen. Die waren ja hier irgendwo mittendrin. Ich habe das hier mit diesem Quarz, mit dem Bereich geändert. Hier unten im Eingangsbereich etwas entzerrt. Es war alles sehr kompakt. Und habe hier auf der rechten Seite das natürlich auch gemacht. Ich habe die Bypass Kondensatoren rausgezogen. Die waren hier auch mit drin. Die habe ich jetzt hier unten drin. Unten rechts Bypass Caps und LED. Und so kann man das im Prinzip machen. Was natürlich jetzt noch zu machen wäre oder was man machen kann, ist natürlich mit den Steckverbindern die ganzen Leitungen wegnehmen. Und nur die Netze benennen. Das mache ich jetzt nicht. Das ist einfach zu viel Arbeit an sich. Aber so kann man jetzt eigentlich die Funktionsblöcke hier im Arduino besser erkennen. Ich sehe hier unten den ganzen Bereich, was mit der Spannungsversorgung zu tun hat. Ich habe hier oben links das ISP, die ISP Anschlüsse. Ich habe hier links USB. Ich habe hier die Schnittstelle zwischen USB und dem Atmega 328. Ich habe dann eben hier den 328, den Hauptprozessor. Hauptcontroller und eben hier auf der rechten Seite eben die Stiftleisten. Und so kann man das dann von der Funktionsweise her doch wesentlich besser erkennen, was auf dem Board eigentlich drauf ist. Als nächstes werde ich hier mal den electrical rule check starten. Also hier den ERC. Und ich habe also hier insgesamt einen Fehler und 18 Warnungen. Ich habe eine gebilligt bereits. Und zwar hier den Frame. Ich habe ja den Frame eingefügt. Der hat also keinen Wert. Das ist also eine Warnung. Ich vergib normalerweise für den Frame auch keinen Wert. Ich will mal ganz kurz die Fehler und die Warnungen durchgehen. Also der erste Fehler ist hier kein Supply Pin für Power Pin Reset. Das ist hier dieser Fehler. Hier sieht man jetzt einen Taster. Der hat fünf Anschlüsse. Und dieser eine ist hier nicht benutzt. Und offenbar ist das in dem Bauteil so erstellt worden, dass das ein Power Anschluss ist. Also den muss man normalerweise irgendwo anschließen. Dadurch, dass der aber nicht benutzt wird, kann man hier sicherlich diesen Fehler billigen. Dann gibt es weitere Warnungen jetzt in dem Fall. Bauteil Ground hat keinen Wert und das Bauteil Reset Enable hat keinen Wert. Das geht zurück sozusagen auf die Problematik Werte und Namen. Also normalerweise würde man Reset En als Wert vergeben und nicht als Namen hier in dem Fall. Gut, das kann man sicherlich auch billigen. Sehr unschön ist natürlich die Benennung hier letztendlich allgemein. Werde ich also jetzt hier nicht weiter machen mit. Man kann es billigen, man kann es aber auch so stehen lassen natürlich. Dann haben wir hier nicht angeschlossenen Pin. Das sind die Pins von den unbenutzten Widerständen. Das kann man alles billigen. Also die ersten sechs Punkte, die hier sind, kann man auf jeden Fall billigen. Die haben keinen Einfluss jetzt auf die Schaltung. Allerdings muss man hier zu sagen, bei diesen nicht benutzten Widerständen, man würde sowas generell meinetwegen alles auf Grauen setzen, damit die eben da irgendwo fest dran sind und nicht lose in der Luft hängen. Die nächsten Punkte, diese Power Pins, die beziehen sich ja eben auf solche Power Anschlüsse hier. AVCC zum Beispiel. Dort ist ja die Meldung hier als Warnung. Power Pin ist verbunden mit 5 Volt. Diese ganzen Sachen kann man eigentlich auch billigen, weil man das ja so will. Man möchte ja diese 5 Volt am AVCC anschließen. Also kann man das dann auch billigen. Das wären also jetzt erstmal hier so die ganzen Fehler und Warnungen, die in dem ERC vorhanden sind. Nachdem ich ja einiges hier über den Stromlaufplan erzählt habe und auch ein paar Sachen geändert habe, optisch gesehen, möchte ich mal in das Board wechseln, also in das Leiterplattenlayout. Und das sieht erstmal soweit okay aus. Und das erste, was ich erstmal ausführe, ist hier ein Red's Nest, weil man dort erkennt, ob irgendwelche Routen nicht vorhanden sind. Und wie man sieht, zeigt hier unten Red's Nest zwei Luftlinien an. Leider. Das heißt eigentlich, dass das Board nicht zu Ende geroutet wurde. Das ist also nicht fertig. Und wie gesagt, das ist das Original. Also jeder kann das nachvollziehen. Der, der das Original runterlädt, kann diese Funktion nachvollziehen. Das ist eigentlich nicht fertig geroutet. Um jetzt herauszufinden, wo diese nicht vorhandenen Routen zu finden sind, nehme ich erstmal alle Layer raus, bis auf die Unrouted und Dimension hier in dem Fall. Und dann sieht man hier einmal hier in dem Bereich und dort sind also Verbindungen, die nicht geroutet worden sind. Um jetzt herauszufinden, was das genau ist, werde ich den Top- und den Bottom-Layer einfach mal einschalten. Und man sieht jetzt hier im unteren Bereich, da ist nur ein Pad. Das kann ich also relativ einfach lösen, das Problem, indem ich auf Route gehe und einfach hier auf dem Layer das Fertig route. Ist auch, muss man dazu sagen, unkritisch, trotzdem unschön, ganz klar. Und im oberen Bereich hier, wo das fehlt, da zoome ich mal rein. Das hat mich ein bisschen gewundert. Das ist also ein Netz, was hier rüber geroutet werden muss. Und ich kann mir nicht erklären, warum das fehlt. Mal die Pads und die Vias nochmal einschalten. Also offenbar ist hier quer rüber noch eine Verbindung gelöscht worden, unbeabsichtigter Weise oder so. Auf jeden Fall muss das hier rüber geroutet werden. Das heißt, ich werde hier mal auf Route gehen. Hier die Breite müsste, glaube ich, stimmen. 24 Mill auf dem Bottom-Layer jetzt in dem Fall. Und dann hier runde Pads, runde Vias erzeugen. Und dann wäre das geroutet. So, das ist also eine Sache, die mir stark aufgefallen ist. Ich habe aufgrund dieses Fehlers hier oben mal ein Board genommen und mal die Verbindung hier durchgemessen mit dem Multimeter. Sie ist da. Also auf dem realen Board, was man kaufen kann, ist diese Verbindung da. Hier in dem Eagle war die ja nun leider nicht da. Ich habe das jetzt hier nochmal fertig geroutet. Auch auf dem Board gibt es ein paar Auffälligkeiten. Und zwar werde ich dazu mal den Layer Bottom ausschalten und mal hier ein bisschen reinzoomen. Und zwar, wenn man jetzt, ich muss mal gucken, wo das war. Hier zum Beispiel in diesem Bereich, wenn man sich hier befindet, dann sieht man hier diese Verbindung. Also hier ist, das geht eigentlich gar nicht, muss man dazu sagen. Allerdings, ja, wundert mich eigentlich, warum man hier so rausgeht. Ich habe Bilder gesehen von dem Original Board, wo hier noch ein Pad war. Also eine Durchkontaktierung wahrscheinlich. Also kein Bauteilpad, sondern Durchkontaktierung. Und das ist umso verwunderlicher, weil jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn also hier neben dem Board, was man kauft, noch ein Pad ist und hier nicht. Was stimmt denn da jetzt überein schaltungsmäßig? Also stimmt das Board, was man kauft, wirklich mit der Schaltung überein, die man hier hat? Und das ist natürlich dann sehr fraglich. Eine andere Stelle, da ist genau das gleiche und zwar die ist hier unten. Hier in diesem Bereich, dort ist hier auch so eine Spitze, das ist ein absolutes No-Go. Aber im Original, also wenn man das kauft, ist hier auch ein Pad. Ich habe da mal geguckt nach den Netzen. Die Netze sind eigentlich hier CMP und gehen auch nicht weiter. Also die werden an diesen Bauteilen, wo sie hier dran sind, auch sind sie auch dran im Stromlaufplan. Gehen aber nirgendwo weiter. Also für mich stellt sich jetzt wirklich die Frage, was ist eigentlich jetzt hier los? Also ist das jetzt hier modifiziert? Ist es eine neue Version? Oder hat man ganz bewusst hier die Sachen rausgenommen? Oder wie auch immer. Also ich kann das nicht erklären. Also normalerweise so eine Leiterbahnführung geht hier natürlich nicht, wenn es jetzt so richtig wäre. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Das ist also nicht möglich, dass man hier spitze Winkel generiert im Layout. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, der ist hier etwas drüber zu sehen. Der ist also hier in diesem Bereich. Die Route, die hier lang geht, also so sternförmig auszubilden ist schlecht. Also das sollte man eigentlich nicht machen. Jetzt gibt es da mehrere Möglichkeiten natürlich dazu, das zu ändern. Allerdings ist hier auch noch ein Bauteil offenbar dazwischen. Und zwar ist es dieses Bauteil. Ich zeige das mal hier kurz im Stromlaufplan. Das müsste das hier glaube ich sein. Das ist also ein Bauteil, wo man die Leiterbahn praktisch wegkratzen kann. Es muss also berücksichtigt werden, wenn man das jetzt umrutet sozusagen. Und als Vorschlag sozusagen, was ich machen würde, ich würde das hier erstmal wegnehmen. Und diese Route, diese Route würde ich wegnehmen, diese auch. Und würde dann hier auf dem Top-Layer mit 16mm in dem Fall dann hier reingehen. Dann von da aus praktisch hier reingehen. Dann hier weiter und dann hier so wieder dann dort diese Verbindung schaffen. Man sollte also solche Routen immer im Fluss des Signals sozusagen legen und nicht sternförmig. Das wäre also hier so eine Sache, die ich ändern würde. Des Weiteren gibt es hier auf der linken Seite auch nochmal eine Sache, die auffällt. Und zwar ist es dieses Pad. Und dieses Pad ist ja hier in der Ground-Fläche eingebunden. Das sieht man ja anhand dieses Kreuzes hier. Man sieht aber auch hier noch schräg was weggehen. Das heißt, hier in dem Fall wurde der Ground-Layer oder das Ground-Signal hier geroutet. Das ist normalerweise hier nicht notwendig. Das heißt, ich werde folgendes machen. Ich gehe hier auf Rip-Up, werde das rausnehmen. Und wenn ich jetzt nochmal auf Red's Nest gehe, dann ist das raus. Also wenn man jetzt sowas in Ground einbindet, braucht man normalerweise nicht zu Routen. Und wenn, dann geht man eigentlich nur vertikal oder horizontal raus und nicht im 45 Grad Winkel. Das sind auch noch Sachen, die hier aufgefallen sind. Generell fällt auch noch auf, dass alle Durchkontaktierungen hier achteckig gestaltet wurden. Das ist eigentlich auch eher unüblich. Normalerweise nimmt man runde Pads. Gut ist es hier so gemacht worden. Dann sind noch andere Auffälligkeiten, was die Grauenfläche betrifft. Also hier zum Beispiel, hier in diesem Bereich hier. Da ist so ein Rest, den würde man normalerweise wegnehmen. Also da würde man einen Restricted Bereich rüberlegen, damit es hier sich nicht ausbildet. Und was auch noch auffällt, ist hier die Leiterbandführung und auch die Breite hier unten von denen. Unter anderem, man sieht also hier, die Leitungen gehen nicht gerade mittig in das Pad rein, sondern irgendwie so von der Seite. Das macht man eigentlich auch nicht. Also ich würde es normalerweise so gestalten, dass ich hier dieses alles komplett wegnehme. und Neuroute und zwar so, dass ich, huch, das war jetzt der falsche, hier auf gut gehe. Dann meinetwegen 16, glaube ich, ist eine ganz gute Dicke. Und dann einfach hier einmal ohne großen Knick hier geradezu mittig ins Pad reingehe. So. Und eben nicht von der Seite. Es sind viele Stellen so, wo die Routen einfach von der Seite irgendwie herangeführt werden in das Pad. Das ist eigentlich auch eher unüblich. Und hier in dem Fall war es auch so, dass die Leiterbahnen eigentlich hier zu dünn waren. Ich habe die jetzt etwas verbreitert und so kann man das dann einfach auch besser und ordentlicher gestalten. Wenn ich jetzt mal umschalte auf den Bottom-Layer und den Top-Layer ausschalte, dann sieht man hier auch diese ganzen Verbindungen ja hier oben eben nicht mittig eingeführt in das Pad. Die Abstände sind auch nicht gleich. Das würde man auch ändern. Es sind teilweise auch Knicke drin, die gar nicht notwendig sind. Also man sieht das hier zum Beispiel an der Seite. Und zwar hier diese Verbindung. Diese hier. Die muss gar nicht so kompliziert verlaufen. Puh, das war jetzt zu viel. Ich muss nochmal zurückgehen. So. Also ich nehme das jetzt alles mal kurz weg. So. Und die kann, diese Verbindung kann ganz normal, jetzt in dem Fall auf dem Bottom-Layer, das ist hier leider etwas doof in Eagle, muss ich wieder ausschalten so. Kann ich also auch ganz normal hier meinetwegen so gerade dann routen. Ich führe das jetzt nicht zu Ende. So gibt es einige Stellen, also auch diese Leiterbahnen hier könnten dann wesentlich gerader geroutet werden. Also man braucht hier gar nicht diese vielen Knicke drin. Jetzt hier zum Beispiel auch hier. Das ist alles nicht notwendig. Also es sind viele Dinge, die sind wirklich unschön gemacht worden. Also man würde das jetzt hier begradigen irgendwie, dass man hier so schräg einfach nur rausgeht und nicht noch etliche Ecken und Kanten drin hat. Bevor ich zum Schluss nochmal auf die einzelnen Funktionsblöcke hier in dem Arduino eingehe, möchte ich mal auf die Passamarken nochmal kurz zurückkommen. Die Passamarken, die sieht man hier. Ich habe auf dem Layer Top jetzt mal umgeschaltet. Also hier sind die zu sehen. Einmal hier. Dann hier rechts. Und auch hier unten links nochmal. Das sind Marker, die für den Automaten notwendig sind. Der fährt also diese Marke an und hat sozusagen Referenzpunkte dann für Bestückung zum Beispiel. Oder auch für den Pastendruck. Deshalb dürfen diese Passamarken auch nicht entfernt werden. Zum Schluss, wie gesagt, gehe ich nochmal ganz kurz auf die einzelnen Funktionen hier ein von dem Board. Ich fange dazu mal mit der Spannungsversorgung an. Hier unten links. Das muss ich nochmal zurückziehen hier. Moment. Also hier unten links. Spannungsversorgung, Hohlbuchse hier auf der linken Seite. Und dann haben wir hier eine Fabpolschutzdiode. Und es wird aus dieser Eingangsspannung jetzt, die von der Hohlbuchse kommt, da wird zum einen die 5 Volt werden dort erzeugt. Also hier die 5 Volt. Und ein ganz wichtiges Signal, was jetzt dort auch erstmal vorhanden ist hier, ist dieses VIN. Wenn man jetzt hier weiter geht, dann wird mittels dieses Komparators VIN mit einer Referenz von 3,3 Volt verglichen. Und dadurch, dass man hier zwei 10 Kilo Umwiderstände hat, dann muss VIN größer als 6,6 Volt werden, damit der hier durchschaltet. Also das Gate. Und damit der MOSFET hier sperrt. Also der sperrt dann, wenn hier vor innen größer wird als 6,6 Volt. Man sieht hier unten im unteren Bereich, da kommt der USB VCC an. Das heißt, wenn ich eine externe Spannung habe, die größer als 6,6 Volt beträgt und der MOSFET hier sperrt, dann werden diese 6,6 Volt oder diese größer als 6,6 Volt externe Spannung verwendet, um hier diese 5 Volt für das Board zur Verfügung zu stellen. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn die Spannung gar nicht vorhanden ist, dann leitet dieser MOSFET, dieser FDN 340p, sodass dann die Versorgung über USB erfolgt, also USB VCC. Das ist eigentlich der Sinn dieses Komparators. Diese 5 Volt, egal woher sie auch kommen, werden dann nochmal runtergebrochen hier mittels 3,3 Volt Regler. Also hier ist ja dieser 3,3 Volt Regler auch ein Linearregler wie vorne der 5 Volt Regler. Und es werden dann dort eben 3,3 Volt erzeugt hier, wobei diese 3,3 Volt im Board nicht verwendet werden. Also ich werde hier mal die Gesamtansicht zeigen. Diese 3,3 Volt hier, die hier unten zu sehen sind, die werden nur hier rechts oben auf die Stiftleiste rausgeführt. Die 5 Volt auch, aber die 3,3 Volt werden hier sonst nirgendwo verwendet. Die generelle Spannungsversorgung hier für die Controller beträgt also 5 Volt. Im nächsten Abschnitt sieht man hier dieses Signal SCK mit der LED. Also hier ist ja dieses SCK zu finden. Und das ist das Glock-Signal von der ISP-Schnittstelle, in dem Fall von dem Atmega328. Das Signal findet sich, also hier dieses SCK, das findet sich hier oben links wieder. Und wenn der also geflasht wird, dann blinkt wahrscheinlich die gelbe Leuchtdiode. Mehr ist eigentlich nicht dahinter. Dann haben wir hier die etlichen Bypass-Kondensatoren, die natürlich wichtig sind für alle ICs, die jetzt drauf sind. Also für die beiden Controller und auch für den Operationsverstärker LM358. Und wir haben noch eine Power-Led hier auf der rechten Seite. Das ist also hier der rechte Abschnitt Bypass-Caps und LEDs. Oben links sind nun hier die beiden ISP-Adapter zu finden. Die Anschlüsse hier von den beiden Controllern jeweils. Und zwar kann man da drüber dann natürlich mittels USB-ASP zum Beispiel die Controller flashen. Die habe ich also hier auch extra rausgezogen, damit man es gut sieht. Wenn man jetzt also zum Beispiel für den Arduino neuen Atmega328 verwendet, dann muss man in dem Menü von der IDE von Arduino dort den Bootloader neu laden. Und das geschieht dann hier eben über diese Schnittstelle. Man braucht dann also wie gesagt so einen USB-ASP-Programmieradapter oder einen ähnlichen. Und dann wird erst der Bootloader drauf geladen und erst wenn der drauf ist, dann kann man über USB ganz normal seine Programme dort hochladen. Auf der linken Seite, also ich sag mal ungefähr bis zu diesem Punkt hier, also hier alles was jetzt hier auf der linken Seite ist, da ist ja dieser Atmega16U2 verbaut. Und dieser stellt eigentlich nur die Schnittstelle zwischen dem Atmega328 auf der rechten Seite und dem USB dar. Die Beschaltung hier von dem Atmega16U2 ist eigentlich standardmäßig. Es gibt also eigentlich nichts, was da besonders wäre. Man hat hier in diesem Bereich Pull-Up Widerstand für den Reset und diese Diode. Das ist nach dem Datenblatt empfohlen. Dann hat man hier den Quarz, wobei ich wie gesagt nicht weiß, warum man hier diesen 1 Megaohm drin hat. Den kann man eigentlich rausnehmen. Dann hat man hier die Sicherung für den USB-Port, beziehungsweise ja für die USB-Spannung. Laut Datenblatt ist auch vorgeschrieben, diese beiden 220 Ohm dort einzubauen und auch diesen 1µF-Kondensator hier für diese TP-U-Cap oder wie das heißt. Hier bei U-Cap ist intern noch ein 3,3 Volt Spannungsregler verbaut. Und da wird also empfohlen, diesen 1µ einzubauen. Dann haben wir hier Z1, Z2. Das sind VDRs, Überspannungsschutz, irgendwie drin. Und dann haben wir hier eben noch den Ground, hier unten von dem Pin 4, der also ganz normal hier an den Controller geführt wird. Auf der rechten Seite haben wir zum einen hier TX und RX-LEDs. Je nachdem, ob gesendet oder empfangen wird, leuchten die dann oder blinken die dann ebenfalls. Dann haben wir hier Ein- und Ausgang RX-TX, die dann zu dem ATmega328 auf der Seite führen. Ganz interessant ist das Signal DTR hier in der Mitte, denn das wird dazu verwendet, um kurzfristig den Reset zu bedienen, beziehungsweise diesen ATmega328 zu resetten. Man sieht ja hier, ich werde da mal eine andere Farbe nehmen, grün. Dieses DTR-Signal geht ja hier dann über den Kondensator und geht dann hier an Reset. Das heißt, beim Flashen des Controllers über die Schnittstelle über USB wird der DTR kurzfristig angesteuert, sodass ein Reset an dem Controller ausgeführt wird. Parallel dazu zu diesem Reset ist natürlich auch der Reset-Taster an sich selbst hier verbaut. Dann haben wir hier auf dieser Seite ganz normal auch den Resonator, wo auch dieser 1 Megaohm mit rein muss. Dann haben wir hier die Referenzspannungsquelle ARF, beziehungsweise die ARF, da muss eine Referenzspannungsquelle ran. So für den Analog-Digital-Wandler, dieser Pin ist offen. Das heißt, wenn man also den AD-Wandler verwenden will, dann muss das irgendwie beschaltet werden mit einer Referenzspannung, zum Beispiel mit 5 Volt oder so. Wir haben hier nach wie vor den Pull-Up-Widerstand für Reset und diese Diode. Nach Datenblatt ist das empfohlen und vorgeschrieben sozusagen. Und wir haben natürlich auf der rechten Seite hier die ganzen Stiftleisten, die herausgeführt werden. Zusammenfassend wäre nun zu sagen, dass die Schaltung gar nicht so kompliziert ist, wie sie vielleicht zunächst erscheint. Man hat hier letztendlich zwei Mikrocontroller drauf. Der eine ist für die Schnittstelle zum USB verantwortlich und auf dem anderen werden natürlich dann die ganzen Sketches geladen. Und man hat natürlich noch eine Spannungsversorgung, die man eben extern oder per USB anschließen kann. Und ja, das war's mal wieder hier ein bisschen mehr im Detail hier zu dem Arduino. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und Tschüss!